Neustarten. Diesmal bin ich ein wenig schlauer. Junge, hallo, Tobi, hallo, Feuer. Ja, diesmal machen wir alles besser. Die feste Überzeugung ist manövrierunfähig. Wann in etwa werden wir Ihre Schilde durchdringen? Schwer zu sagen, Captain. Zu dem Ding hier gab es kein Handbuch. Ich werde die Kanone mit so viel Energie wie möglich füttern. Aber dann sind wir ein leichtes Ziel. Einverstanden. Douglas, der Verbandenträger ist Atriox größte Waffe und seine einzige Möglichkeit zum Hyperraumtransport. Er wird alles tun, um die Kanone zu zerstören. Also. Wenn der Atriox all seine Truppen auf sie angesetzt hat, wird die Basis unter dem Träger nur schwach verteidigt sein, sodass Jerome und Isabel in sie eindringen können. Sie erwarten ihre Befehle, wenn sie die Schilde des Trägers überwunden haben. Stellung halten, Team. Geschütze. Jerome, hier ist Douglas. Wir haben den Schild des Trägers getroffen. Wird etwas dauern durchzukommen, aber es funktioniert. Sehr gut. Wir machen uns auf den Weg. Beschäftigt so lange den Träger. Douglas, ich habe hier ein Wahnsinn, allacht im Rolltorn. Ich glaube, du solltest mal keine Wolverine spauen. Die Verbanden werden bald da sein. Nee, noch nicht. Irgendwie flog da sehr wenig von den Gegenden fliegt. Das stimmt. Er hat aber damit gerechnet, dass was kommt, weißt du? Ja. Geschütz aufgerüstet. Geschütz errichtet. Geschütz errichtet. Alle Einheiten. Nachschubmodul errichtet. Alle Einheiten. Marines! Errobert diesen Punkt, Marines! Nicht zu hängen lassen, Marines! Ausrück, Marines! Eine Garage bauen. Eine Garage würde ich home bauen. Ja, ja, eine Garage bauen, habe ich ja gerade gesagt. Habe ich ja gerade gemacht. Minibase ist fertiggestellt. In der Hoffnung, dass man später noch am Panzer kommt. Jo. Alle Einheiten. Ich höre sie laut und geübt. Warthog bereits zum loslegen. Garage errichtet. Marines! Nicht zu hängen lassen, Marines! Ich rücke auf. Oi! Marines melden sich zum Dienst. Na los! Nehm diesen Punkt ein, Marines! da kommen sie da bin ich mal gespannt ich meine die ersten waren ja eben gerade auch nicht so das Problem Anführerpunkt erhalten da war der OECD nicht mehr da war der OECD nicht mehr so Geschütz aufgerüstet Geschütz errichtet Geschütz errichtet Anführerfähigkeit bereit da kommt noch mehr Infanterie aus dem Norden Douglas Jäger im Norden ich komme nicht schnell genug an den Ressourcen rein da Generator errichtet der Pfand hat ein bisschen mehr als nur Staub gefressen Sammelpunkt festgelegt ich brauche mal lieber Cyclops das wäre nicht schlecht die sind ja gegen Fahrzeuge sind oder nicht ja Cyclops hier wo braucht sie sich wo braucht sie sich gestand die Zentrale hier hier werde betroffen rache untersteckung rache untersteckung rache untersteckung rache rache fliege rache rache jetzt kommen die langsam von hier ne rache 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 Anführerpunkt erhalten. Nachschubmodul-Upgrade abgeschlossen. Douglas, die Monitore zeigen nichts an. Vorerst. Sieht aus, als hätten wir uns etwas Zeit erkauft. Überprüfen wir unsere Verteidigungen und fordern mehr Truppen an, solange wir können. Auf der Weg. Bereit, alles abzufackeln. In Bewegung. Infanterie und Panzer von Nordosten hier im Anmarsch. Ach doch, Nordosten. Verstanden. Sealed of the Wraith. Sie dürfen nicht durchbrechen. Alle Einheiten. Geschütz aufgerüstet. Noch ein Wraith aus dem Nordosten. Wir machen Kleinholz aus dem Marikade. Falt ihn ab, los! Ziel am Boden. Wir zerspielen. Schon unterwegs. Ihr händet mir ein Fahrzeug auf den Hals. Schweine! Schüsse. Schüsse. Wir händen hier ein Fahrzeug auf den Hals. Schweine! Schüsse. 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 Anführerfähigkeit bereit. Alle Einheiten. Jetzt glaube ich aber, kommt die Vorderung. Ich bin auf der Weg. Wir sehen wir, gleich. Anführerfähigkeit bereit. Alle Einheiten. Die Monitore schlagen wieder Alarm. Halt, sie haben eine neue Route eingeschlagen. Feindfahrzeuge aus dem Osten. Die sind unermüdlich. Jetzt kapiere ich, wie sie gegen die Allianz überlebt haben. Geschütz errichtet. Kein Problem. Das ist schon ein Problem, wenn man auch gut die Dame klarkommt. Das ist eine erfüllte Arbeit. Einspiel ein, klar. Sieht auf jeden Fall schon besser aus als die erste. Jo, deutlich besser. Wenn wir da verlieren, können wir die Stellung nicht mehr halten. Das darf auf keinen Fall passieren. Verstanden. Unterwegs. Feindliche Fahrzeuge sind hinter mir her. Komm. Jetzt habe ich das Gefühl. Äh. Jetzt kommen gleich Fluganheiten. Geh schön gut anheben. Solltest du jetzt vielleicht auch noch ein paar Wolverines bauen? Ja, jetzt auch. Und du auch. Kein Problem. Aller Einheiten. Aller Einheiten. Abschluss meines Ziels bestätigt. Geschütz errichtet. Infanterie Level 1 erforscht. Ein Lopest greift unsere Basis aus dem Osten hier an. Die kenne ich schon. Erledigen wir ihn, bevor er die Heimatbasis einhebnet. Aller Einheiten. Rücker aus. Douglas, rück's aus. Mehr Fahrzeuge aus dem Osten. Diesmal schwerer Panzer. Gott sei Dank habe ich den Einturm gebaut. Ich komme aber auch mit schweren Arsonalen. Nein, das war nett. Vertraue nicht die Basis, Leute. Wo, 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 wo? Check out. Alle Einheiten. Check out. Douglas, rück's aus. Hier in der Spiel. Geschütz errichtet. Geschütz errichtet. Bereit, alles abzufackeln. Ja, das heißt, die Fahrzeuger hat getraten. Wo brauchen sie uns? Zweikopf in Bewegung. Alle Einheiten. Wir gehen unterwegs. Dem wische ich den Boden auf. Infanterie von Nordosten. Die versuchen, ein Keil zwischen unsere Truppen zu treiben. Oh, oh, eine Welle Kamikaze-Gruntz nährt sich von Nordosten. Knallt sie ab, bevor sie explodieren. Sprung-Gruntz im Osten. Infanterie von Nordosten. Die Hasse. Schaltet sie von Weitem aus. Wenn die explodieren, wird's hässlich. Was haben sie heute für mich? Drücke aus. Brust, kann ich endlich diese Blechdosen verprügeln? Drücke aus. Da sind Feinde. Fahrer los. Oh, oh, eine Welle Kamikaze-Gruntz nährt sich von Nordosten. Knallt sie ab, bevor sie explodieren. Sprung-Gruntz im Osten. Auf der Weg. Auf der Weg. Reiterverlust. Wo brauchen sie uns? Und ja, diese Kamikaze-Strategie machen die Gruntz gerne mal. Auch in den Spielen. Also in den Hauptteilen. Ja. Kommt immer mal vor, dass die Gruntz einfach mal zwei Granaten ziehen, die aktivieren und auf dich zulaufen. Ja. Oh, oh, eine Welle Kamikaze-Gruntz nährt sich von Nordosten. Knallt sie ab, bevor sie explodieren. Sprung kurz im Osten. Oh, um 10 Uhr muss der Hund raus, ist da. Hey, ein wunderschön, lieber Pascal. Let's go. Oh, das truppe, schiefen auf mich. Bodentruppen hängen ab hier, John. Geschütz aufgerüstet. Geschütz aufgerüstet. Ich kann uns noch ein... Oh, das ist offensichtlich. Kaffee. Das Korbchen. Kampftisch. Cyclops ist bereit, ein paar Fahrzeuge zu... Geschütz errichtet. Anführerfähigkeit bereit. Geschütz errichtet. Bisher ist er ganz gut. Es fehlt ja gleich noch so eine letzte Welle, so ein richtiger Sturmangriff. Oh, nur noch einen kurzen Moment. Vielleicht kommt irgendwas Dickes wieder. Alles klar, Professor. Denken Sie, die haben erstmal genug? Sieht nicht so aus. Eingehende Nachricht. Unverschlüsselt und nicht vom UNSC. Ich leite Sie weiter. Ah, kleiner Spaten. Hallo Jenny, schön, dass du uns vorstellt hast. Jenny, ich grüße dich. Redlich vermisst, gute Dame. Das war er. Atriox. Vergessen Sie ihn, wir müssen uns auf... Oh oh, alles konzentrieren, was die gerade aufhaben. Gut, ich muss ein bisschen Dampf ablassen. Ich muss ein wenig Dampf ablassen. Ja. Dann... Allgemein mal Fragen an den Chat. Lackt es heute so wie gestern oder ist es heute gut? Feindliche Panzer aus dem Osten. Feindliche Panzer aus dem Osten. Noch mehr Panzer, diesmal vor Nordosten. Rücke aus. Fahre los. Braids im Nordosten. Das ist eine erfüllende Arbeit. Ich lasse es einfach mit Tempomat laufen. Wir schicken die Infanterie aus dem Osten. Fahrzeug Level 2 aufrauscht. Die östliche Barrikade ist verloren. Die Verbanden sind durchgebrochen. Bereiter Verrüstung zu treffen. Was haben Sie heute für... Ich kann heute auch bei Spritz mal wieder die Qualität einen selber einstellen. Ja, Motor ist auch nicht so viel los wie sonst immer. Dementsprechend... Ja. Verteidig die östliche Barrikade. Die Verbanden wurden Feindfahrzeuge... Ist das jetzt hier der letzte Sturmangriff oder? Ich gehe mal davon aus, ja. Artilleriefeuer! Das ist einfach nicht fair! Braids und Locusts im Nordosten. Wie sieht es mit dem Schild aus? Hier unten wimmelt es von Verbanden. Wir sind fast durch. Halten Sie durch. Wir haben es fast geschafft. Verstanden. Oh, Flugabwehr. Ja, siehste. Unsere Basis wird angegriffen. Zeig mir Ihnen, was das Baby drauf hat. Aufgewärmt und bereit. Der Feind greift. Ab geht die Luzi! User left your channel. User joined your channel. Nagel, drück auf. Das ist bitte nicht... War auch nicht beabsichtigt. Junge! Nix gut! Junge war... Junge war nicht beabsichtigt. Systeme justiert. Oh, was kommt da? Oh, was kommt da? Flugdinger. Ah, siehste. Was, jetzt kommen die Flugdinger? Ja. Jetzt zum Ende der Mission. Jetzt haben sich deine Wolverines ausgezahlt. Zack. Bitch! Achso, wir sind schon mal 80. Da kommt noch mehr. Banschies. 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 Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Wir werden übrigens Banschies genannt, weil ihr fliegen sich alle wie ein Schwein. Okay. Boah, jetzt fliegen wir an der Route. Oh, so. Komm auch wieder, Leute. Bereit, ein paar Rüstungen zu brennen. Feinde aus allen Richtungen im Anmarsch. Wiederhole, Feinde aus allen Richtungen. So, alle Richtungen. Alle Richtungen klingt nach Ende. Jo. Treib mich der Einheit gesichtet. Gut. Luft-Einheit, Feuer noch fliegen. Zack, 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 zack. Jawohl. Ab wie viel Ecken kriegt man eigentlich denn eine Bansch? Mein Allrader hat Hunger. Das geht nach Stunden. Ähm, und zwar, ab 10 Stunden kriegt ihr den ersten Rang. Oh, dann sitzt ja nur noch vier Stunden, bis ich meinen ersten Rang kriege. Äh, die Punkte sind für Verlosung. Beuke aus. Hm-hm. Ja, das ist ja ein Päckchen. Werdet von oben beschossen. Beweggung, los, los! Werde aus der Luft beschossen! Ich liebe die ODS-T Animation, die hab ich aber auch im ersten Teil schon geliebt. Anführerfähigkeit bereit! Was ist das? da ist wir ein händchen wir hätten ein Fahrzeug auf den Hals Streine Systeme justiert das ist ein Kampffahrzeug gegen Fahrzeug habt nicht vertankt zum Teil kommt Geschütz errichtet das wird kritisch ja unsere Basis wird angegriffen Anführerfähigkeit bereit Systeme justiert mit qualmenden Reifen Wolverine meldet sich schon nicht Sie zielen auf die Partikelkanone halten Sie sie auf 20 ist viel erledigt ich komme Ach da unten du Schüsse Anführerfähigkeit bereit Lufteinheiten feuern auf mich Oh das war ziemlich nice Anführerfähigkeit bereit Systeme justiert in Bewegung Fahre los UNDINGS FAHREIT Lily Anführerfähigkeit bereit Aufgewärmt und bereit Lufteinheit feuern auf mich Anführerfähigkeit bereit Das ist ja richtig nett. Ja wir sind ein Tower Defense. Wir können einfach mal zum Ende Jäger hin. Verstanden. Das ist ein Kampf Fahrzeug gegen Fahrzeug. Richtig, Achtung, weiter. Das ist ein Kampf Fahrzeug gegen Fahrzeug. Schwierig, 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 schwierig. Unserer Basis wird angegriffen. Fahrer los. Fahrer los. Wir tun sie fast schon leid. Ich will jetzt noch mal eine kleine Anmerkung machen. Ja gerne. Du sagst ja, hm? Ja gerne. Hier steht ja immer die ganze Zeit O A S T. Und ich sage ja die ganze Zeit O D S T. Ja. Ich benutze das englische, das Orbital Drop Special Trooper. Okay. Und auf deutsch heißt es einfach Orbitales Absprung Spezial Trooper. Oh. Klick da sehr wichtig. Ja. Fahrzeug sehr stimmt. Ich sehe freundliche Einheiten. Komm. Ja. Deswegen falls man hier dann irgendwann mal auf YouTube Kommentare liest. Da steht aber O A S T und nicht O D S T. Dann wissen wir jetzt worum es da geht. Ja auf jeden Fall. So wir sind gleich durch. 38 Sekunden. Gott sei Dank. Dann sag einmal an der Katze. Dann kann ich ja noch aufhören zu es abnehmen. Hehehe. Geh auf Streife. Da würde ich ja nicht reinreden. Ich würde mich hier selber in perfekter Qualität genießen. Anführerfähigkeit bereit. Oh. Meine Routinearbeit. Wir werden angegriffen. Kommt! Die Varrikade ist zerstört. Die Verwandten brechen durch. Oh. Beide Varrikaden sind zerstört. Das wird ein harter Katz die Kanone zu beschützen. Anima Zulift die ganz schön zugesetzt. Oh tch. Ich glaube das war es. Was war los? Hat geklappt. Die Schilde sind unten. Unterschuss Professor. Bereit machen zur Extraktion zur Spirit of Fire. Das Schild ist unten. Du kannst loslegen. Verstanden Douglas. Schaff deine Truppen da weg. Ihr solltet verschwunden sein wenn ihr selber loslegt. Nur 24.000 Punkte? Mutig und ehrenvoll gekämpft. Ein wohlverdienter Sieg. Ein wohlverdienter Sieg. Därems. Därems.